ARD Text im Auftrag von Funk Das ist das Coole daran, dass dich wirklich in Momente hineinzieht. Es existiert halt nichts anderes in dem Moment. Es ist nur das, was jetzt in dieser Sekunde passiert, wichtig. Ich bin Jonas Bösiger. Ich bin 26 und bin Profisnowboarder. Ich bin Falsch im Springen und Gletsch im Fliegen. Ich bin extrem fasziniert vom Fliegen und gerade vom Wingsubfliegen. Du bist der Pilot und das Flugzeug selber. Du bist wirklich beides in einem. Und über den See und über die Stadt und die ganze Kulisse. Das ist wirklich etwas ziemlich Einzigartiges. Ich glaube speziell daran ist, dass es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenige Leute hier im Leben machen können. Ich habe das von Minecraft. So turn me auf real now. My time, my time. Nothin you can fucking tell me to stop. Das ist mir mal wirklich woher der Galaxy oder so. Ah, okay. Okay. Okay.